so hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded ich habe schon wieder keinen platz im inventar vielleicht baue ich noch ein paar von den kisten so so und jetzt jetzt ist ein bisschen platz das brauche ich nicht so okay alles unnötige kommt jetzt hier mal so rein nee die wollte ich noch machen das point dass das das brauche ich im moment nicht das bräuchten mich das brauche ich nicht und ja die ist auch leer die kann da auch mein jetzt schauen wir mal ist hier wieder so ein leuchtekäfer aufgetaucht sieht nicht danach aus wo ist der der große stinkelkäfer ein das sollte doch hier eigentlich auch seine alle ja hallo ich sehe dich ich habe noch keine gasmaske mit habe ich da auch ja habe ich denn schon daten zeugs näher herstellen da war es okay soda tropfen da saft tropfen soda tropfen müssen neu könnte ich ja mal anklicken dass ich das auch weiß so was ist noch neu ähm puppenhaut ja und ameisenlöwenzeile klette käferpanzer holzsplitter dann würde ich nämlich jetzt mal gucken ob ich nämlich den ähm gas kann ich nach gas gucken baumwanzen 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 gassack okay also ich habe den von ihm hier noch nicht wo ist er welche habe ich denn drin wo ist er hin wo ist er hin da ist er noch er taubt nämlich auch noch so einen dicken gas sack und den hatte ich noch nicht die pfeile machen schon ein bisschen schaden sehr schön dann gehen wir die malten paar looten d 1236 das sollte es glaube ich sein so ansonsten ist hier nämlich nix außer pilze und und ja diesem komischen kleinen käfer der jetzt im moment gerade nicht da ist was ist jetzt los und ich habe nichts zum essen äh das ist doof deshalb wollte ich nämlich hier unten irgendwo gleich noch ein paar pilze hinwerfen äh hallo das werden wir jetzt essen gut das war das tropfen sieht hier schlecht aus blätter und gras da hinten ist gras aber jetzt trotzdem in dieser stachel auf der seite der nervt mich schon ewig essen ne also schmeiße ich jetzt hier mal pilze runter vielleicht ergibt sich ja was so und dann wollte ich hier parallel bauen hat schon wieder nicht geklappt das ist schon wieder nicht genau parallel man sieht das hier so oder oder könnte vielleicht sogar parallel sein okay gut dann wollte ich ja noch was bauen wo wir dann hier hoch kommen wie mache ich das denn vielleicht von hier so mhm hehehehe da guckt er schon da oben hehehe da schaut er mich an und denkt was baut der denn da unten jetzt noch mal den hier drunter das habe ich nämlich alles hier umgebaut weil das hat mir nicht gefallen nein da ein hin dann nochmal na komm schon komm doch geht doch das christi dahin daneben nicht ich muss ja ich kann das ja noch gar nicht brauchen ich brauche ja ähm 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 a ja komm egal wir brauchen gras und wir brauchen was zum trinken gleich finden wir da hinten wo es gras gibt auch noch den ein oder anderen tropfen und was zum essen essen ist hier rar gesät so jetzt noch gras hier ist was aber war nix gut war nix gut aus dem tempel und die ausdauer ich bin wie langsam die hoch geht also ich habe ja nichts geht nicht weil ich was in der hand habe oder dann kann ich auch nicht trinken martin da noch zwei stimmen holen oder nicht nur ein oder das braucht hier nur einen genau das geht ja auch noch nicht man geht alles nicht so warum habe ich das nicht so gemacht passt keiner mehr hin aber da kommen ja eh nicht abstützen man hier so renn irgendwie gefällt mir das nicht brauche ich wieder ab stoff man kommt hier so hin da und da und da so ne oder das grasblatt hin und das doof ist wenn ich ja unten irgendjemand was abbaut dann ist die ganze basis weg das schlecht naja wir brauchen mehr das zeichnet das jetzt hier einfach mal an so so und von hier gehen wir dann hoch alles klar weiter ich sage mal leiter dabei wollte ich gar gar nicht leiter sagen es ist denn moment moment jetzt hier ein weiter der passt nicht der hier wird schon extremst eng behaupte ich mal ich brauche ich brauche so was genau ach so geht ja nicht geht ja gar nicht dahin die hoch noch so einen und dann sollte das eigentlich passen jetzt müsste hier noch eine treppe hoch bin ich denn schon ganz oben bin ich dann schon oben fasst aber das könnte so klappen die lösefalle was wir jetzt so richtig gar nicht gut haben wir noch kein wasser wieso ist das wasser so konnte ja nicht trinken so habe ich das ding dann jetzt schon da an ich brauche es wird dunkel das brauche ich gras gras und stengel vielleicht schaffe ich zuerst mal die stengel nach oben hier lagen noch irgendwo welche rum die kaputt gehen gebe ich hier auch mal auf der neuen und stengel da hinten hier so stengel kommt ja ich werde ich jetzt alles das wird wieder schon so eine nacht folge ich habe aus versehen geschlafen da war morgens um acht und ich habe aus versehen geschlafen und dann war wieder nachmittag und jetzt ist schon wieder nacht aber hier werden immer noch keine rützlas ange angelockt man das geht so überhaupt nicht mehr weil ich zuerst gras braucht ja keine rüsselkäfer wie mache ich das denn hier dann mit essen wie mache ich das hier mit essen was könnte man denn hier essen warte ich habe da hinten rote pilze um es gibt hier braune pilze muss ich gleich mal gucken dann brauchen wir noch die anderen pilze also diese diese ich gucke es mir an im ofen ich habe ja im ofen hingestellt wo war das dann pilz pilze 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 genau pilze auswuchs bräuchten wir da noch pilze auswuchs gibt es denn hier oben pilze auswuchs also ich habe noch keinen gesehen dann müsste höchstens hinten die eine der ist schon wieder irgendwo in der mauer die eine wolfsspinne killen da habe ich aber gar keine lust zu die verseuchte wolfsspinne da gäbe es diesen pilze auswuchs das ist das normales gras das ist normales gras nachher ja es sieht auf jeden fall parallele aus als vorher was sind das zwar ja genau das waren zwei der ja so und jetzt schon wieder groß war doch hier irgendwo da ist es doch so dann hätten wir einen schnelleren weg nach oben vielleicht kann ich mir da dann auch so ein aussichtsturm hinbauen mit dem man diese komischen 2 und noch mal ein das geht ja irgendwie genau auf oder noch ein bisschen gras nun sind wir schon oben perfekt dann lohnt sich da mal hoch und würde mich interessieren ob die auch darunter hüpfen können stimmt sogar dass diesen braune pizze und also ja pilzauswuchs nicht das ist das problem aber sollte irgendwann auch funktionieren ist es doch richtig gefährlich die sohne ja dann bisschen was fehlt noch kann ich hier und rüber gucken ja ich kann lunzen aber eine reihe fehlt wohl noch ok dahin und nein genau so das wäre sogar fast bündig muss dann da auch noch mal so eine unterstützung darunter mal gucken ja eigentlich schon also hier noch so eine stütze darunter oben da und darüber würde ich dann eine grasplatte legen höhere 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 geht von hier aus nicht da ich so und wollen dann eben bitte einen daneben jetzt vielleicht von unten ja fast parallel fast aber noch fast so hier noch ein stängelchen liegen hier immer rum die die wir noch nicht weniger also die disperse aber ich glaube ich habe noch drei stück mache ich dann da jetzt schon wieder mal stängelchen sind die nachgewachsenen sind sie nicht die liegen hier warum die die wir noch nicht weniger also die disperse nicht wo nicht damit sagen auch stängel und krass ok das ist trockenes krass das können wir nicht gebrauchen normales krass wird alles geplündert gibt es hier noch irgendwo stängel ich glaube ich habe alles kaputt gemacht trockenes krass trockenes krass und die richtung bräuchten nicht mehr nichts mehr zu finden kommen wir es los ich habe euch hier unten pilz hingeworfen ich muss zuerst ja alles klar gut so und genau so ja ich muss jetzt erst die unterstützung bauen machen wir aber beim nächsten mal weiter ich bedanke mich fürs zuschauen bis morgen und tschüss bis nächstes